Ja hallo, Willkommen zu Amnets Play Sudoku. Hier ist Klaus von der älteren Generation. Der Baby Boomer auf dem Weg ist online und Klaus kann nicht schlafen, deswegen spielt er jetzt an Sudoku. Das müsste das Spiel 181 sein. Schau mal nach, 182 sind wir sogar schon. Gut, also neu spielen und spielen. Na, so los geht's. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Ja, das ist erstaunlich. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.